Ich wohne in Wickede und bleibe hier auch hauptsächlich, gerade wegen der Arbeit muss ich sagen, weil es gibt glaube ich schon in Dortmund Wohnorte, wenn ich zum Beispiel auch über Hörde nachdenke, wo man sehr gut wohnen kann, Richtung Stadt, Kreuzviertel, Saarlandviertel, die Ecken sind natürlich mega und da ist man natürlich auch mehr in Kontakt mit Leuten, die gleiches Alter haben oder es ist halt noch mal besser. Mit der Arbeit ist es natürlich gut in Wickede, aber an sich muss hier auf jeden Fall noch was passieren. In Wickede, wie man, wenn man Wickede kennt, weiß man, das ist hier eher so Dorfstadt, aber es gibt es langsam, glaube ich, so ein bisschen geht das in die Modernisierung rein, weil wir haben ja auch Schulen in der Nähe und ja, es macht halt einfach Sinn, weil Wickede hat Zukunft. Man kann ja quasi ja auch sehen dann, wie durch den Grills soll man mal jüngere Leute auch wieder im Stadtkennen oder sowas sind, weil es halt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen tote Hose in Wickede ist, aber hier wird ein bisschen was wiederbelebt. Das ist ein bisschen was vor dem, äh, meine Ausführung, der sich, äh, auf 80 Stunden,